Die Musik wird aber auch nicht ruhiger, ne? Geiler Zusammenhalt. Erst so ein voll Horror-mäßig und dann Angry Birds. Aber ich liebe das Spiel immer noch. Aber ist relativ laut, das Lied, ne? Okay, ich höre auf. Ach ja, ich bin schon so ein kleiner Verlückter... Oh man! gib mir meine holzdinger wieder gott welches hasse verbauen ist so ziemlich das schlimmste was es gibt da kommt daran ich weiß es ich glaube an dich warum bin ich nicht so langsam im wasser wenn ich die shift taste drückt noch mal so sollte ja eigentlich reichen jetzt da kam schon das was wir machen jetzt von oben fertig links rechts und so nach hier ist ein höhleneingang ist ja cool vielleicht machen wir daraus irgendwas so 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 hier machen wir den durchgang nach unten ich möchte mich hier so einen kleinen eingang nach unten auch bringen so 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 und so und wir brauchen auf jeden fall noch mal ein paar holzstämmel und zäune brauchen wir auf jeden fall damit wir hier die umrandung machen können dann haben wir hier jetzt unseren schönen kleinen hässlichen klobigen holzsteg fertig ja also der schönste ist jetzt nicht aber so kommt hier noch mal ein holzblock hin und hier dann noch mal das da wollte ich offen lassen dann zack 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 und dann haben wir jetzt hier auch alles naja fast alles jetzt haben wir alles auf einer höhe soll uns dass sie halt nur noch mal angepasst werden so was kann ich eigentlich mit der steintribüne hier hoch bauen hätte auch was so und hier möchte ich gerne so ein kleines treppengewinde runter bauen da ist natürlich noch der mit der spitzhacke so der müsste dann da nach oben zack 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 und zack und dann müsste das ab hier und alles weg gehen so da hätten wir da auch so einen kleinen runterweg man weiß ja nie ob da jemand runterfällt oder nicht und den zäunen wir natürlich auch gleich mal ab so äh ja ist richtig zack klappt leider nicht ganz so gut mit dem zaun zumindest nicht auf den half steps aber egal so mein ziel ist es denn hier so mehrere stege nach unten zu bauen ah ja das werde ich mal später gucken wo genau dann werde ich hier erst mal die zweine rüberziehen die musik ist heute so mitreißend witzigkeit was auch immer das jetzt sollte vor mir ich fackel hier erstmal aus damit hier auch nichts spawnt das sind alles nur provisorische fackeln also keine angst clean stone treppen oder so stiefchen weiß nicht kann ich mir ja mal durch den kopf gehen lassen hier auf wie weit es da unten dunkel und das ist nicht so gut ich sollte mal hier vom mikro bleiben das wäre vielleicht ein bisschen angenehmer vor euch zumindest hier möchte ich nicht so gerne dass man hier rüber gehen kann sehe ich da gerade richtig lava sorry leute aber ich muss mal kurz gucken gehen das sieht doch nach einer höhle aus da muss ich jetzt leider einmal runter gehen das sieht nach einer großen höhle aus wo es hier aus gang da nein das war so klar ja ich wollte eigentlich so schnell wie der in eine höhle rein scheiße auf jeden fall sieht es relativ hoch relativ groß aus ach du heilige was erwartet uns hier denn noch wir haben doch gerade erst eine riesen höhle gefunden ok auf nach oben aua drecksack es wird gar nicht so einfach da wieder hoch zu schwimmen vor allem wenn man den sternhimmel nicht sieht ich sehe ihn hoffe ich uah ja das sieht danach aus dass er das ist sternenhimmel kurz mal luft atmen hier was atmet man sonst ich glaube ich werde ertrinken hehehe ich leuchte mal kurz hier oben aus jetzt habe ich die quali dabei links oder rechts rechts du willst mal nach links gehen doch rechts ist noch ein zweiter weg wo du jetzt lang gehst kann keiner wissen auftauchen du musst atmen auch sehr passend die musik gerade hua ok ich musste gerade mal so ein bisschen stimmig in kreise schwingen einfach nur schön das ist glaube ich ultima 9 musik oder ist das ultima ich gucke mal nach äh ja da steht nur äh ups da steht nur epic minecraft musik warum auch immer ach ja was ich hier jetzt weitermachen wollte ich will so ein steg nach da unten auf jeden fall bauen und ich möchte dass das hier unten als erstes natürlich ausgeleuchtet ist und eine wand am hinteren rande ergibt sprichel diese wand und zwar einmal durch so das heißt bis dahin müssen wir jetzt einmal kurz alles abtragen tut mir leid aber ist so denn ich habe da hinten auch was vor hier unter wird auch alles mit wasser noch verlaufen das werde ich alles noch mit wasser volllaufen lassen ach das ist ja gar nicht so viel zum abbauen hier ich dachte jetzt kommt ja mega viel an aber das geht ja noch zack 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 so das muss ja noch mal weg oh kohle die nehmen wir auch gleich mit und ich glaube ups jetzt habe ich keine schaufel mehr egal okay nicht egal das wird zu viel doch geht auch zack eine schaufel und ich glaube ich muss gleich mal was trinken denn mein mund wird so langsam schwer und das gab man nach einer stunde so zack 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 noch ein weiter ich weiß gar nicht geht das noch ein weiter ich glaube nicht ne ne obwohl doch geht doch noch ein weiter sehr schön na so die höhle kann da unten höhle bleiben denn da unten waren wir schon so hier unten erstmal ausgeleuchtet 1 2 3 das kommt dann auch nochmal weg da bleibt wieder die erde so ähm genau hier irgendwo war ja der höhleneingang auch ne genau direkt hier nebenan war da das heißt hier kann das auch gerne so bleiben so das ist gar kein problem sprich so wie ich dazu gemacht habe bleibt es auch so 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 aber bis dahin wäre das aufgerissen so lange das nichts an dem eingang der höhle macht ist auch alles schön und gut so so perfekt ähm ich hab noch ein zaun den werden wir dann mal kurz setzen damit wir hier unten die erde auf sammeln können hopp jetzt wird es auch schon wieder tag wunderbar Wunderbar. Pum. Ach du Heilige, was ist denn da los? Na, das kann ja ein netter Tag werden. Mit den Gesellen von da oben. So, stirb, spinne, stirb, spinne, stirb. Kein Creeper? Kein Creeper. Zwei Creeper. Drei Creeper. Boah. Da ist ja die Hölle los. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner hier rüberkommt, natürlich. Obwohl, ich behalte die in Auge und trinke mal kurz was. So, da bin ich wieder. Ah. Ah, schon viel besser. Hmm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier so würde ich den Steg gerne raushängen lassen. Okay, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Äh. Oh, ich nehme mal kurz die Holzstufe. Ah. So. Pum. Damit ich das von oben weiterziehen kann. Ähm. Ähm.